Herzlich Willkommen im Ahoy-Restaurant! Kaulito! 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 Moin Moin! Herzlich Willkommen im Ahoy-Restaurant hier auf der Reeperbahn St. Kaulito! Begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Nina Ramashofer und den Kitzpiraten, Kalle Aferlands! Sein Humor und helf mir! Heil! 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 Deine Hand einfach aufhalten. Ist das deine Schlagehand? Nein, die Linke, die kommt von Herzen. Ich probier's mal. Sobald du das Häschen spürst, schließt du die Hand und ich versuch's auszunehmen. Das erste Häschen, was du nicht gewählt hast, geht hier in meine Faust und das zweite deine. Festzudrücken. Achtung, ich versuch's jetzt wegzunehmen. Festzudrücken. Eins, zwei, drei. Siehst du das Häschen hier? Ich geb's für das Unsichtbar ist. Kommt unsichtbar zu meinem Hasen. Kurze Frage an dich. Spürst du deinen Hasen noch? In der Faust? Ja. Dann mach mal langsam die Faust auf. Bisschen schneller. Und da hast du tatsächlich zwei Häschen. Oh, genau mich! Ja, ein Applaus! Super! Schön, es ist auf der Welt zu sein. Sag die Biene zu den Stadtgeschwein. Du und ich, wir schwimmen ein. Schön, es ist auf der Welt zu sein. Also erstmal herzlich willkommen, Thomas Wissen. Boxwaren-Schweiner. Man kennt dich ja auf dem Kiez, na klar, aus der Großen Feier 36 und Boxen im Norden. Erzähl mal, was kommt da jetzt ganz zeitnah auf uns zu? Ja, ganz zeitnah kommt er auf uns zu. Heute in 14 Tagen in der Großen Freiheit. Ein sehr großes Event mit zwei deutschen Filistinnen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Nina. Moin, guten Abend. Ich freu mich hier zu sein. Ja. Ja, hallo, Applaus! Ja, komm! Ja, komm! Ja, wir haben den Deutsch-Schweiner hier. Ein superfälle Gericht. Ich finde das einfach genial, dass man so eine Geschichte wie hier im Ahoi so aus dem Wut zaubert. Und es kommen so viele Leute und die haben Spaß und hören zu. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und toll. Und ich möchte gerne, wenn ich das darf, ich möchte so gerne den Leuten nochmal Polonaise, Polonaise präsentieren. Ja, hallo! Das hat sich doch unser Feuer gehauen, man! Geil! Ich liebe dieses Song! Ich hab noch einen anderen Song, der ist sehr traurig. Wollen wir traurig? Doch. Doch, wir wollen traurig. Oha, jetzt hast du's losgedacht, wir wollen traurig. Der heißt Arbeitsloser Star. Und ich freu mich jetzt auf La Vida. Oha, La Vida. Oha, La Vida. Oha, La Vida. Oha, La Fiesta, mi amor. Oha, La Vida. Oha, La Viesta. Wir tanzen durch die Nacht. Was das Besondere daran ist, dass es so wie dieses Theater funktioniert, im Prinzip wie Popart. Jeder versteht sofort, okay, da ist eine Nonne, die hat irgendwie Spaß, das ist komisch. Ich erkenne das, das ist witzig. Das ist widersprung. Und gleichzeitig ist immer noch eine zweite oder dritte Geschichte drunter. Das ist Hamburg, Hamburg beinahe. Ich liebe dieses Hamburg, Hamburg beinahe. Ich liebe dieses Hamburg, nicht nur beinahe. Aber ich sag mal so, wir haben ja heute einen wunderschönen Abend verbracht. Wir haben auch für den Boxsport, für die Musik, für unsere Talkgäste eine riesen Promotion gemacht. Wir haben für unseren Werner richtig gut gearbeitet hier, RTL ist gekommen. Werner, deine Frau ist weg, RTL ist da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie alle heute Abend hier waren. Und das war eine Show, produziert vom Ahoi-Restaurant in St. Pauli, leitet bei Thomas Sturzki. Dankeschön, meine Damen und Herren. Moderiert von der liebenswerten Nina Ramasofen. Optisch und physikalisch aufgewertet von Kanna Haverland. Jawohl, Dankeschön. Und weiter geht's in Hamburg. Tschüss beim Auseinander gehen.